Ich habe Fort Refugio erreicht. Der Informant ist unsere einzige Spur. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Die Alliierten hielten diesen Ort bereits 41 während der Operation Kompass. Darum kenne ich den Grundriss. Die Festung klebt an einem Felskliff, uneinnehmbar für eine Armee. Aber ein Einzelkämpfer sollte einen Schleichvik hineinfinden, sobald ich an den Suchscheinwerfern vorbei bin. Sogar nachts sind die Achsenmächte auf den Beinen. Es wäre Selbstmord, mein Gewehr einzusetzen, solange ich hier unten bin. Und selbst dann, wenn man mich hört, werden sie Verstärkung anfordern. Ein Sturm zieht auf. Der kommt mir gerade recht. Wenn ich töten muss, dann lieber leise. Ich bin ein Sturm zieht auf. Ja, ja. Das war's für heute. 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 Okay, ich bin drin. Was war das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schlüsse... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist zum Teufel? Das war's für heute. 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 invitiert dich vor, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? 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 Was ist das?